Hallo jeder, was geht ab Leute? Team Mabelt hier. Heute mit einer speziellen Ankündigung. Servus Jungs, hier sind wir im FT München. Heute war ein cooles Turnier, das Qualifier für das Doppel Legend Tourist Series in Berlin, das Finale. Heute hier ein cooles Turnier. Wir haben schon zwei Kartenhändler. Der erste Hero John hat sich im FNB qualifiziert. Heute Dimitris, Adios Kucin, Hüber. Richtig geil. War ein cooles Turnier. Wie war es heute? Heute war echt geil. Viele Spieler waren da. Man konnte viel traden, auch viel spielen gegeneinander. Die Laien, die aus Regensburg waren dort. Ja, die haben alle verloren. Ich hoffe, ich habe gegen Regensburg gewonnen heute. Unser Kartenhändler ist auch immer hier jeden Samstag. Heute waren es so ca. 50 Spieler. Und jetzt am 24.10., das ist in zwei Wochen, findet wieder hier ein Turnier statt für diese Qualifikation in Berlin. Und das nennt sich Grand Qualifier. Da werden wahrscheinlich noch mehr Spieler da sein. Und sogar die Top 4 qualifizieren sich. Genau. Richtig geiles Turnier. Wahrscheinlich viele Spieler. Ja, wir denken vielleicht bis zu 100 Spieler wahrscheinlich. Und es wird ein richtig geiles Turnier. Kommt her. FT München. Wir werden dort sein. Wir werden Videos drehen. Wie immer. Wir machen gute Videos. Wir haben Spaß. Und. Seht ihr ja immer. Genau. Kommt her. Kommt her. Gewinnt die Quali. Wir sehen uns in Berlin. Genau. Team Bubble T. von TAM in München. 24.10. Peace. Peace. Bis dann.